Hallo und heute wieder ein kleines Informationsvideo in eigener Sache und zwar gibt es am 13.9. wie immer um 17.30 Uhr hier bei uns bei der Mutibären Bande einen Livestream 1 plus 1 StarCraft 2 mit den Mutibären denn ich bin wie immer noch im Urlaub bis dahin schlägt noch morgen wieder ein und tschüss euer Rob